Jaaaa, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen LittleBigPlanet3 Video! Und heute, meine Damen und Herren, spiele ich den dritten Teil von Reanimation von meinem Bruder Patrick17293. So heißt der in echt. Er heißt Patrick17293. Ich frage ihn immer so, hey, Patrick17293, komm mal in mein Zimmer! Und er so, okay, XY-Klangkiller2. Okay, ne, ähm, ja. Er heißt natürlich nur Patrick. Es wär irgendwie seltsam, wenn er 17293 heißen würde. Aber irgendwie wär's auch lustig, ich mein, ja. Okay, auf jeden Fall, ähm, wir spielen heute den dritten Teil von Reanimation. Seine anderen Levels sind grad irgendwie verschwunden wegen meiner super Internetleitung, meine Damen und Herren. Ja, ich hab ne Wasserleitung. Habt ihr was dagegen? Besser als ne Toastleitung, oder? Was soll ich sagen? Okay, ähm, so. Ich bin gespannt. Wir sind ja gerade in der Stadt. Und haben davor, äh, das Projekt, äh, 41 getötet. Und haben davor, äh, das Projekt, äh, 41 getötet. Reanimation 3! Oh mein Gott! Lass mich hier raus! Ich erstieg! Ich hab keine Chimia, Spasta! Okay, ich sollte aufhören so dumm zu reden. Ich bin selber ein Spast. Okay. Jetzt hab ich grad schon wieder so geredet. Ich kann nicht mehr normal reden! Hilfe! Ah, ah! Okay, okay. Oh, Projekt... Oh, Projekt 19! Wir haben einen Job für dich! Projekt Reanimation aus dem Lapp, vor ein paar Tagen. Dann werden wir dein System, Projekt 41, um ihn zu eliminieren. Aber Reanimation hat ihn! Also, es ist dein Turnier jetzt! Nicht zufrieden. Oh mein Gott! Das find ich jetzt nicht so nett! So! Wenn du nicht bekannt bist, dann brauchst du andere Kleine. Wieso? Ich find mein Anzug cool! So schön Blut verspritzt! Ich geh' und geh' für dich! Du wirst hier warten! Ich bin bald zurück! Dum 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 dum! Da dum 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 dum! Da dum 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 dum! Da dum 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 dum! Ah, jetzt bin ich ganz traurig! Ja... Hier bin ich am letzten Part hochgesprungen vom Fenster. Jetzt hab ich grad normal geredet! Seht ihr, ich kann auch normal reden! Jetzt rede ich wieder schwul! Okay! Mhm! unusual Okay. Oh! Und da sind Punkte! Yeah! Ein Baby! Äh, ein Baby! Und ich war so.... Baby! 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 Wie Baby, 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 No, Like Baby, 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 No, And I thought you were mine, mine. Du siehst mich doch nicht mal. Voll unauffällig so, ich laufe hier rum, so ein schwarzes Monster. LPP-Fotos. Schuhe. Ich will neue Schuhe. Ha. Hey, sieh. Okay, scheiß drauf. Gehen wir einfach mal weiter, bevor ich hier noch mehr scheiße mache. Eine Bank. Oh mein Gott. Oh. Jetzt könnte ich meinen eigenen Rekord knacken hier. Ganz links oben steht mein Name. Oh mein Gott. Help! Oh mein Gott, er brennt alles. Getadelt wird, wer Schmerzen kennt. Von Feuer, das die Haut verbrennt. Ich werfe ein Licht. In mein Gesicht. Ein heißer Schrei. Feuer frei. Bang bang du da 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 la da 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 da... Help me please! Ist alles in Ordnung hey? Alles in Ordnung. Das Haus brennt zwar gerade aber ich habe super Kräfte sieh? Alles gut. Ok schön festhalten ich brech jetzt die beine. Doch nicht. You! You saved my life! Thank you so much! translated by Hey I've got some new clothes for you Ja, endlich! Oh mein Gott! What the hell? Oh, damn! Oh! Stirb! Stirb! Ah! Woah, das war richtig knapp! Hilfe! Ah! Komm schon! What the fuck? Du bist gleich tot! Ah! Du, 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 du! Ich versteh' ich's net! Ah! 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 Was, hey? Was soll das? Ich war doch drüber! Oh fuck! Ja, nicht als Gandalf! Genau! Stirb jetzt! Ja, jetzt sagst du nichts mehr, mit dem Sound. Du hast gewonnen? Ja, ich glaub schon. Es sieht so aus, guter Job. Ja, danke mein schwarzer Freund. Ja. 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 Ja.